Der Anstrich an meine Auffahrtsrampe hier ist jetzt fast schon ausreichend. Ich versuche mal noch einen zweiten Satz drauf zu ziehen. Ich versuche mal einen zweiten Satz drauf zu ziehen. So, und während ich das jetzt trocknen lasse, dann kann ich ja noch ein bisschen was an dem Sandbett hier tun. Das ist wohl noch nötig. So, ich versuche mal einen zweiten Satz drauf zu ziehen. Und ich fürchte fast, ich muss hier darauf achten, eine glatte Kante zu bekommen. Na, hier habe ich so einen Glattkantenteil. Wenn es nicht drauf ankommt. Ist eine Schere, ich kann mal so schlecht dafür. So, das müsste ich erst mal umrühren. Und jetzt kann ich aber... ... 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